Was hat er mir geschrieben? Ferrari Ähm, Fahr- äh, ja, ähm, das hat er mir, Justin hat mir das geschrieben, das ist so ein Kidman. Ferrari, ich bin der geilste Typ, der, ähm, der auf der ganzen Welt und brauche keine Beziehung. Audi, Single. Seat ist kompliziert. Opel. Kann mich nicht entscheiden. Unter verlobt. Ford in einer Beziehung. Porsche verheiratet. BMW, ich bin am anderen Ufer. Gia findet einfach nicht die richtige. Smart will Single bleiben. Mercedes möchte gerne meine Partnerin heiraten. Letztes Jahr ging das Spiel so lange, bis es davon im Fernsehbericht wurde. Und dasselbe versuchen wir die. Auch dieses Jahr mit ihm gerade. Mann, wenn ich Kontakte. Also ich würde dann wahrscheinlich Audi nehmen. Warum ist es denn Audi? Audi ist Single. Und? Audi ist geil. Ich bin ein Dollar-Röbel. BMW, BMW ist an sich ja eine geile Marke, aber in dem Zusammenhang ist es scheiße. Ich bin nicht am anderen Ufer. Sicher? Seid du mal ganz ruhig, du Mega-Schwuchtel. Ich muss ja wissen. Wissen, Jan ist unsere Mega-Tocke. Wat? Ich dachte, wir haben wir dich. Aha. Falsch gedacht. Machen. Ja, alles füttern, füttern. Macht. Macht Liebe. Genau. Machen. Machen. Das da. Oh geil, gibt's EP. Erfahrungspunkte. Kriegst Erfahrungspunkten. Na, kleines. Ja, ohne Scheiß. Da war ein EP. Die hab ich gerade bekommen. Aber nice, wa? Kriegst Erfahrungspunkte, wenn die Tiere ficken. Ja. Sehr gut. Du hast den Durchblick. Du musst dich demnächst auch ne- Du kriegst nicht auch Erfahrungsspunkte, du kriegst das andere, oder? Kommst du wegen den NPCs? Hä? Das war stöch. Ja, ich muss mir auch hier was nicht ummachen. Achso, ja. Das NPC-Dorf, das musst du mir auch mal zeigen. Steffen, was krieg ich für ein Ei? Hä? Was krieg ich für ein Ei? Ein Ei. Spaß. Ei. Hä? Ei? Egal. Vergiss es. Nein! Hab kein Ei. Ei. Wenn aber jemand ein Ei hat, kann das mir gerne geben, aber ein Hühner-Ein. Ach, andere. Da kannst du gar nicht mitreden, du hast überhaupt keine Eier, von daher. Jetzt hab ich Bulleneier. Ist klar, träum weiter. Also ich mein nicht vom Tier. Nee, ich hab jetzt die anderen bedacht, weißt du? Wiebisch, find ich. Natürlich nicht. Was? Ich muss die Treppe hochlaufen. Oh nee, jetzt leckt es so, dass ich nicht durch deine Tür gehen kann. Ich muss mal hier kurz abbauen. Ey, willst du mich verarschen? Nein, nein, nein. Warte, das hat dem Klaus. Geh einmal raus und wieder rein. Du hast das nicht erst mal die Tür abgebaut, oder? Nö, ich hab daneben einen Stein abgebaut. Nein! Na, den brennt man kurz und dann ist gut. Gute. Nee, ich bin nur oben. Verarschen. Da war extra noch ein Knopf an der Seite. Ja, den hab ich auch. Ja, das hat bei mir geleckt. Ich durchgegangen bin. Hätte was gesagt, ich wär runtergegangen, hätte ich nicht aufgemacht. Hab ich aber nicht. Kriegst auch ein Ei dafür als Entschädigung. Eis. Super. Na, jetzt hab ich mal ein paar Sachen für die Mülltonne beim Luca. So, hier, ich hab einen gebrannten Stein. Oder hast du das jetzt wieder repariert? Nein, ich hab ja, aber solange den Knopf noch hast. Auf zu kloppen. Nika, ich komme zu dir. So, warte. Jetzt ging der Telefon, lieb mich im Arsch. Danke. Wann sind denn deine Hühner? Hast du die hier irgendwie eingezäunt? Der Zaun da. Was ist denn das? Da ist auf dem Zaun. Wo denn? Im Haus drin, oder was? Mh, mh, davor. Bin grad am Essen. Davor ist gut. Welches davor? Davor wir. Da. Epp her. Na, ich seh nix. Guck, ich hab ein Ei. Guck. Das geb ich dir aber nicht. Heeeey. Schmeiß dir mir ein Ei an, Gop. Wolltest du das haben? Ey. Eigentlich wollte ich's außerhalb vom Ding jetzt machen und dann hoffen, dass ein Huhn rauskommt. Hör mal auf zu kloppen. Kommst du Mika? Ja, wir kommen. Die mit. Ich habe 30, es mal Racks. Hehehe. Hey Mika, du hast hier so ne Holzwand, wo du in deinem Haus stehst. Baut die doch mal weg. Was? Du hast es wie so ne Wand, wo du in deinem Haus. Hä? Wat? Wat? Ja, wieso soll ich die wegbauen? Stört mich doch nicht. Da war ne man dann womit auch die Pütte abgemacht. Ja. Mir geht's ums Holz, nicht ums Laub. Das war ganz ganz langweilig. Kein Laubsammler? Hör mal auf mich zu kloppen. Glaub dich doch gar nicht. Wie das Bett einfach mal auf dem Thron draufsteht. Oh Gott. Willst du die nicht mehr töten? Nein. Momentan hab ich noch genug Essen. Ja. Oh, der hat echt voll viele Schweinchen. Lol, warum gucken die mich alle an? Nein, die gucken mich an. Au. Ich setz dich an. Guck mal, ich bin hier voll erst da. Wenn du jetzt das Feuerzeug auspackst, knüppel ich dich kaputt. Was? Ihr habt Melone? Was gesundes für euch? Hm. Lecker Melone. Melone? Melone. Wo ist der Mülleimer? Ist hier der Mülleimer? Mhm. Stell dich auf die Falltür? Oh, schade. Ich wollte grad sagen, stell dich auf die Falltür und legst den Schalter um. Soll ich dich mal da reinschubsen? Wieso verbrennst du den Pflasterstein? Nein. Will den jemand haben? Alter, man verbrennt keinen Pflasterstein. Nein, ich leg den Schalter nicht. Nini- ni- 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 ... Nieni- certueckx� wenn du .. bones percentage Nini- ni- rewards percentage Alter In mir ist es da reinfall ich sag dir du wirst nie wieder in er series leben, du wist nie wieder geneigt Riester auf Erst summer summer matters Prayer Ich glaube Marika, ist halt da kaputt. Ey, du hast den abgebaut. Geht da nicht mehr. Der hat's kaputt gemacht. Wir sind zum Kacken. Ja, wir sind einfach nur anders platziert. Richtig. LOL. Es wäre mir viel zu gefährlich. Ich würde mich irgendwann irgendwann drauf stellen und mich fragen, warum nichts passiert. Mach das doch mit so einem Pisten, das kam doch viel geiler. So drei so Pisten, zwei. Entschuldigung, drei solche Warten da vorgelegt sind. Ich lese mal, wenn du da langläufst. So, Mann, reise. So, geh mal. Ja. Geh mal. Wo geht's hier raus? Durch die Tür. Belastungs-Test. Null. Ich lese raus. Wo geht's lang? Hier lang. Guck mal, ey. Okay, komm, Spaß beiseite. Nein, ich will mich einmal jetzt wieder rein. Du Spacken. Mach die Scheiße hier auf. Alter, hört auf. Ich hab nur noch vier und halb Leben. Okay, hier, ich mach auf. Geh raus. Oh. Entschuldigung. Vielen Dank.